So meine Freunde, herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin Ja Leute, wir sind mittlerweile hier irgendwie... keine Ahnung... Irgendwo wo die Makel... ne... Wo auch Makelosen... äh... im Start sind... Aber ich würde mal ganz gerne versuchen den Ork da jetzt irgendwie rauszukriegen, weil er irgendwie zu doof ist, durch die Tür zu gehen... Wunderbar... Er scheint echt zu doof zu sein... Er ist frei, Yoke, er ist frei und er macht einfach nix... Ach, ganz ehrlich, dann scheiß drauf... Lassen wir den einfach... Lassen wir mal schauen, was sich jetzt hier verbirgt... Gefängnis der... Gefängnis der Makellosen auf jeden Fall... Für Menschen... Oho... Wehward Fluids... ...but also... ...to muffle any unsavory Noities... ...produced by defiant lost ones... Es geht ab, bitches... Holy shit... Oh, this is not so good... Oh no... Ha, der Munding verfugt... ...Jod... ...Durbal durch mich ... ...durbal durch mich ja noch nicht... ...puff... ...woh, bitte... ...ja wohl... ... nice... ... ... ... ... ... ... Fight Salve Fight Salve Da kommen wir leider nicht hin Oh, da ist noch einer, den habe ich mal nicht gesehen Was geht, Bitches? Oh Scheiße, ich bin noch zu nah Das sollte klappen Wort rein, was schön mit euch Oh, armer Jahan, hier muss ich alles einstecken Tja, Kumpel, da muss er jetzt durch Böse Besteinert Shit Kann ich aber aufheben, glaube ich Warte mal, hab ich dich? Ob er denn jetzt schnitt, wenn wir sie nicht Ich werde hier noch ein bisschen magische Rüstung Hier brennend eingefroren mit Talb verzaubert Heilungen abgeschämt auf Wupp Haben wir nicht irgendwas, was äh Besteinert aufhebt? Ach man ey, wir müssen noch irgendwas haben, was? Kann ich Ich habe die Statuseffekte geblendet, verstummt, erkrankt Wir haben alles außer Das, was ich wieder brauche, ne? Ach ja, klar Ja Ich muss doch irgendwas sagen, Alter Ich werde mich aufheben Elements, defend mich! Ähm, ja? Achso, die Edge im Moment ist dran. Hat aber lange gebraucht. Ah ja, Elkan durchs Feuer rein, sonst wär nix ist. Okay. 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 Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll mit dem ey. Okay, ja, ja. Okay, das war schon. Was ist mit dem los, Mann? Oh. 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 Und nochmal kommen, da ist er tot. Der Erde Elementar ist halt immer noch da, Alter. Der Erde Elementar ist halt immer noch da, Alter. Der Erde Elementar ist halt immer noch da, Alter. Nicht einsimmeln. Oh mein Gott. 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 So erstmal jetzt hier Schriftfrölle der Wiederbelebung einsetzen und dann erstmal hier weglaufen. Oh mein Gott. 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 Richtige Vollplattenmuster. Oh man, ich brauche es nicht. Wann nehme ich es dran vor? Gefängnisschlüssel haben wir schon. Trotzdem noch mal mitnehmen. Magische Tragödien? Wo denn? Magische Tragödien, schlechte Aussprache und schwaches Gedächtnis, was den meisten halten wir gern, das den kostet. Aha. Na, wollen wir hier angreifen? Flufftüter? Oh man ey. Wo kommt der denn her? Wo kommt die her? Ja. 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 Je kann man alle sehr gut inversellen. Oh man? Wow. Super. 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 Und das sehe ich jetzt wie gegenseitig. Cool. Oh, er heilt sich auch noch. Pussy. So, wir werden jetzt hier schön AP regenerieren und er verpisst sich einfach, ok. So, wir werden jetzt hier. Ach, wir hätten auch noch das gehabt. Die alte Beschwerung vernichten, wusste ich auch nicht mehr. Krass, Johan. Krass. Mann, Gott. Krass. 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 Das war's für heute. Einfach so mächtig, ne? Ja, keine Ahnung, ich kann mich dran halten, ne? Willst du mich verarschen, ne? Jetzt aber. Sind die auch mit uns in den Kampf? Ja. Sagen wir das immer kurz neu. Dann machen wir nämlich erstmal einen... ... krassen Angriffen oben. ... ... ... ... immun gegen betäuben. ... 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 Es ist nicht so schlecht in Heiberheim. Du findest es nicht interminabel in Delphos hier? Es könnte besser sein. Meine Brüder und der körperlichen Resultat. Oh komm. Es ist nicht so schlecht in Heiberheim. Es ist nicht so schlecht in Heiberheim. So, wie geht es? Was bedeutet, wie gut ist? Was bedeutet, wie gut ist? Was bedeutet, wie geht es? Wie geht es, wie geht es auf deinem Seite? Du kannst nicht sein. Ich mache nur ein bisschen Spaß. Ich mache nur ein bisschen Spaß für dich. Spaß für dich. Kannst du was jetzt machen, dieses Aufziehspitzzeug? Ja. Nee, immer noch nicht. Boah, als nächstes. Ist da noch eine Granate oder sowas? Oder das hier? Du hast nicht gelesen, bis du meinen Windswept hast. Hallo? Wie fliegen sie los? Ich wollte immer, wo es eigentlich ist. Was ist das? Flaming Seals! Artisanal Hand-Soups. Du hast nicht gelesen, bis du meinen Windswept hast. Wie oft willst du? No, voll. Guck mal vor. Mein Gott! Es ist ein schönes Gespräch. Es ist ein schönes Gespräch. Es ist ein Glück, unter meinem eigenen Sting. Also, wie geht's das? Was bedeutet das, wie geht's das? Wie geht's das? Wie geht's das? Du kannst nicht sein. Ich habe nur ein bisschen ein schönes Gespräch. Es ist ein schönes Gespräch. Es ist ein schönes Gespräch. Es ist ein schönes Gespräch. Also, wie geht's das? Was bedeutet das, wie geht's das? Na, du weißt, wie geht's das? Wie geht's das? Du kannst nicht so sein. Ich mache nur ein bisschen eine schönes Gespräch. Und tschau. Toll, da war noch einer von diesen Typen. Ist noch einer drin von diesen Typen? Oh, komm mal. Es ist nicht so schlecht in meinem Leben. Ich versuche meine Freude deinen Flamen zu feeden. Entschuldigung, du hast es gemacht. Nicht ein Miner. Ich habe gehört, dass es ein Gespräch gibt. Ich habe mich so einen gedrückt. Wo rennt sie denn weg? Aha jetzt haben sie auch rein. Oh Alter. Jetzt kommen sie aber alle, wa? Oh Alter, wie viele sind denn da jetzt? Da ist noch einer. Ja Leute, ich glaub der Part wird ein bisschen länger dauern. Dann muss ich gleich cutten wahrscheinlich dann. Jo, wie weit rennt hier denn? Muss mal kurz Regen machen. I prefer to drown my sorrows with ale. Eisiges Feuer. Ich werde dein Willpower dry. 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 Ich werde den Willpower dry. Wirst du mich verarschen? Achso, wenn's sonst nix ist. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Smooth? I'll defend you till my death wrap-up. 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 Fuck. I'll defend you till my death wrap-up. I'll defend you till my death wrap-up. I'll defend you till my death wrap-up. Oh my gosh. thrillers. Donate your death wrap-up. Ich habe aber die Bankschrift... Hallo? Alter, boah, ey. Das ist man, was hier alles rumfliegt. 18.000 Gold? 18.000 Gold? Was? Kann das sein, dass sich gerade von Madora die ganzen Sachen einsammeln oder so? Ne. Alter, ist das der mörkellosen Anführer gewesen oder was? Was ist das Gleam? Hm. Was ist das Gleam? Was ist das Gleam? Gleam! Gleam! Was ist das Gleam? Ganz öfter jetzt. Ach, Lehrmeister Stufe 4. Hat noch jemand, hat noch irgendwas Lehrmeisterstufe? Trotzdem nicht genug. Hast du Lehrmeister? Null, Lehrmeister, Null, boah ne alter eh. Obwohl, der Ring hat noch Lehrmeisterstufe. Wie ist diese Nummer? Schlossknacken und Körperstärkung. Ehrlichkeit gewinnt halt Tenebriumresistenz. Immunität gegenüber betäubt. Ich weiß. Luftresistenz, Erdresistenz, Wasserresistenz, Plus-Ens-Bewege. Naja man ja. Intelligenz und Tenebriumresistenz. Spezial unverwisslich. Nehmen wir doch das hier. So meine Freunde. Dann würde ich sagen machen wir erstmal einen kleinen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder und dann haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.